Vorsicht, du nimmst ordentlich Schaden. So, da kommt doch jemand angerannt, ich höre es doch schon wieder. Ich sehe, oh da hinten ist er. Corporal Dorsman. Mann, wie trifft der denn? Wie macht denn der das? Ja, das Schlimme ist, man hat immer diese blöden Scheiß-Mauern im Weg, ey. Ja, wir müssen hoffen, dass hier keiner irgendwie hochkommt. Hat er eine Granate geworben? Jetzt haut er ab. Er haut ab, der Pisser. Er hat dann hier geschossen nochmal. Scheiße, ich kann leider das Ding noch nicht werfen. Dauert nicht mehr lange. Oh, Scheiße. Das ist doch aber nicht der Typ der unten, der da so viel Schaden macht. Er hat mich gerade zweimal getroffen und bin fast tot hier. Er kämpft doch wenigstens fähr. Kannst du es mal am Hintern leckern hier? Das ist fähr. Alter, Scheiße. Die Sache, der macht noch auf den Schaden, ey. Wenn er einmal kurz trifft, dann bist du ja fast dauernd. Krasse Sache. Aua. Ja, das Ding ist jetzt gleich im Arsch, glaube ich. Ich muss ein bisschen abwarten. Ich hole mal eine andere Granate raus. Sollte eigentlich passen. Komm raus, du Penner, ey. Nee, nicht getroffen. So, wenn man hier ein Mineralwasser hat, du weißt ja. Ja, das Problem ist, ich sehe halt nichts. Alter, nein, wie macht der das? Oh, bleib unten. Mein Medikid hier. So. Der macht echt Monster viel Schaden. Viel zu viel. Ja, genau, ey. Kämpft wer? Wie wär's, wenn du einfach stirbst? Wir werden mal aus der Sonne. Entschuldigung. Nein, hab dich überlegt. Moment, ich kann mich ja hier selber. Kann ich? Kann ich. Alter, macht ja noch Schaden. Das Problem ist, ich kann doch nicht die ganze Zeit meine Munition hier versammeln. Du brauchst Heilung. Mann, ey. Noch zwei Medikids. Alter, macht der Schaden. Weil der heilt sich nicht, ne? Und sein Schaden ist vielleicht down. Ich kann mich nicht mehr heilen. Also ein Medikid hab ich noch, aber das will ich jetzt noch aufheben. Oh, scheiße. Wird nochmal spannend. Der hat aber nur noch einen halben Balken. Granate. Er ist down. Uiuiui, Freunde. Was kramp. Aber, das ist noch lange nicht erledigt. Ne, das Schlimme kommt erst noch. Haben wir hier nicht irgendwo ne Munitionskiste gehabt, sag mal. Oh mein Gott, ich hab so ein paar Stuhlschacht gefallen. Ja, ne. Wie man nicht. Hier vorne. Warte mal, hier vorne liegt auch noch ein bisschen was. Was ist denn hier? Splittergranate gefunden. Irgendwo hier. Harte mal. Hier beim Laptop in der Nähe war die. Ach, hier. Alles klar. Sehr schön. Ja, weil Munition wäre jetzt echt nochmal hilfreich. Guck mal, was hier am Waffen rumliegt, ey. Meinst du, dass was brauchbares bei? Hallo? Ach so, hier meinst du. Da wird wohl irgendwas sinnvolles bei sein. Sollte. Ich geh mal ganz kurz. Ist hier gar kein Loot? Ich geh mal ganz kurz hoch. Da rein hier. Ja. Wo war denn? Ach, hier bin ich hoch. Nee. Ich wollte nicht mal kurz zu dem Liederloot da hinten gehen. Mal gucken, was das so ist. Bin ich ja gespannt, was du da bekommen hast. Vielleicht auch ne geile Waffe oder sowas. Damit du all den Schädel wegpusten kannst. Was haben wir denn hier? Nee, eine Pistole. Hab ich schon. No Smoking. So, wir müssen den Laptop angrabbeln. Ja, ich grabbel. Moment. Bin auf dem Weg nach unten. Ach, doch. Hier komm ich rüber. Hey, bin ich ja wieder zu weit? Oh, ich bin wieder viel zu weit weg. Das Problem ist, wir wollen immer noch an der Stelle, wo wir uns verstecken können. Wo wir uns verschanzen können, dass die nicht von allen Seiten kommen. Ja, ist halt jetzt die Frage, wie das jetzt wird, ne? Wenn schon da einige erlegt sind. Vor allen Dingen der Tür. Möglicherweise wird's gar nicht so schlimm. Oder auch doch. Ich glaube, ich bin hier genau an der Tür, wo wir Freunde rauskommen. Jo. Okay, die Tür ging grad auf. Oh, da komm doch mal auf. Hau doch mal bitte ab. Hau doch einfach mal ab. Kommt die von rechts? Ja, der war grad ein Scharfschützer. Ich glaube, er hat ihn kalt gemacht. Ich kann ja auch einfach mal hier im Gang bleiben. Ja, pass mal hinten auf. Okay. Muss auch passen, das ist eine Tür hinter dir, ne? Achso. Oh, da kommt einer hoch. Oh mein Gott, da kommt auch raus, ne? Scharfschütze. Geil. Gleich gekillt. Alter. Sehr schön. Ja, wir können uns hier ein bisschen verstecken, glaube ich. Okay, ich hab auch wen erwischt. Das ist halt echt ein bisschen... Oh, da ist der Nächste. Okay. Das Gute ist, man hört die ja. Ja. Was ist er denn hin? Von dir. Hier, der klettert die Leiter hoch, glaube ich. Der kommt jetzt hier. Okay, liegt. Ich halt mal ganz kurz die Tür hier im Auge. Kommt gar keiner. Ich seh niemanden. Nee. Siehst du jemanden? Nein. Oh, jetzt ja doch. Ja, komm, kletter hoch. Ich schieße dir vorher in den Arsch. Tot. Verstanden. Ihre Verstärkung hat eben die Hälfte des Tunnels passiert. Die JTF ist also bald da, oder was? Machen wir doch. Ah, hier vorher nicht sehen. Ich hab grad einen Mineralwasser getrunken, aber jetzt seh ich natürlich überhaupt niemanden. Hä, liegt schon? Aua, aua, direkt unten. Alter, hier, ja. Oh mein Gott. Granate, weg, 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 weg. Oh fuck. Alter. Oh shit. Heilung liegt. Der lebt noch. Hier kommt er. Er ist down. Guck mal lieber nach links. Ja, ich, ich geh mal nach vorne und guck mal, ob hier irgendwas hochkommt. Ich seh auf jeden Fall. Ja, hier kommt einer. Hier kommt einer. Oh, hier ist ein Gelber. Hm. Oh nein, der hat überlebt. Der ist ein Gelber. Natürlich überlebt er das. Scheiße, okay. Da geht's grad ein bisschen ab. Ich geh mal hier nach vorne gucken. Oh, Mädchen, geht's sehr schön. Das nehm ich immerhin mit. Oh fuck, fuck, fuck. Was ist denn hier passiert? Das war ja gerade ungünstig. Oh scheiße, der kommt hoch und ich bin down. Warte, du bist down? Ja. Warum? Na, weil ich nicht aufgepasst habe. Oh mein Gott. Kommst du denn her? Das ist Lila. Gib ihm die Tapptaste. Gib's ihm voll wieder Tapptaste. Einmal ins Gesicht. Oh mein Gott. Ist das aufregend. Herrlich. Oh man. Oh, du kriegst schon wieder. Okay, danke schön, danke schön. So, Heilung liegt. Geschütz, ey. Komm. Ich muss mal kurz gucken. Das ist mein ganzes Magazin im Kopf rennen, ballern hier. Brandgranate, probier mal was damit. Arsch. Alter, hier unten ist er. Hier ist auch eine Verstärkung. Wo bleibt die denn? Ja, keine Ahnung. Zeit ist ja eigentlich schon um hier, ne? Na ja. Wo bleiben die Pisser? Wir müssen den restlichen Typen ausschalten. Scheiße Mann, ich kriege immer auf die Mappe. Ich hoffe, da brennt irgendwer. Ne, leider nicht. Oh mein Gott, da kommt einer direkt hier vor mich. Da denn los? Ist der denn? Oh, das ist ja noch so ein gelber. Oh mein Gott. Hier vorne mit. Weg, weg, weg. Geh weg. Ich wollte ihn mal kurz. Der ist, der lebt noch, ne? Aua, aua, aua. Na ja, der lebt noch. Scheiße. Ja, dann, dann jetzt hier mitten ins Gesicht. Ich komme jetzt feuerfrei. Oh, fuck. Weg da, weg da. Er ist down. Okay, hier Heilung. Kurz. Oh, nee, ach, das bist du. Boah. Okay, du hast ihn erwischt. Ich hätte Medikit fallen lassen. Wie viele hast du noch? Ich habe noch zwei Medikits. Okay, ich habe nur eins. Dann habe ich es jetzt genommen. Da vorne ist noch der Lila, ne? Mann, ey. Moment. Komm raus. Mann. Er hat gut Schaden genommen. Ne, er ist ja schon fast down. Ja, jetzt ist er da. Oh, von rechts, von rechts. Irgendwo von rechts. Ja, war anders. Ne, direkt hier unter uns steht ein Geschütz. Ich glaube, es ist aktiv. Der eine gelbe lebt nur. Ist ja ungünstig. Ich gehe mal hier wieder zu unserer alten Position. Scam mal kurz die Gegend. Direkt hier unten ist ein Geschütz. Ja, damit ich sehe das Geschütz. Aber das Geschütz kann man auch kaputt machen. Ach, hier rennt der Sargent King hier noch rum. Das Geschütz ist kaputt. Alter, ich treffe ihn überhaupt nicht, ey. Ja, ich treffe ihn. Ich habe eine gute Position. Ja, und? Komm. Er ist down. Oh, sehr schön. So, ähm. Bist du kurz Heilung? Ja. Am Start? Jawoll. Geht doch. Oh. Ach nee. Boah, ich dachte jetzt. Ne, ist doch unsere. Jetzt kommen sie erstmal alle an. Jetzt, weißt du? Weil die ganze Scheißarbeit erledigt ist. Und dann kommen sie an. Ihr Urlauber, yay. Ich muss ja ganz kurz gucken. Guck mal. Oh, hier ist er. Ja, ist doch okay. Ja, Sir. Nein, Sir. Ja, Sir. Nein, Sir. Nein, nein. Ja, ja, ja. Nein. So. Ja, was guckst du? Ja, ich wollte gerade mal, siehst du, ich wollte mal kurz was gucken wegen der Pistole. Mhm. Was hast du denn für eine Pistole? Ähm, warte mal. Jetzt habe ich gerade eine 586er Magnum. Habe aber eine X45 gefunden. Okay, auf jeden Fall mehr. Ich habe Aufnahmen von Bliss persönlich. Irgendein Propaganda-Zeug. Der Kerl hört sich gerne reden. Was für ein Arschloch. Sehen Sie sich's an. Okay, dann sehen wir uns das Ganze mal an. Die Soldaten des Last Man Battalion. Hier spricht euer Befehlshaber Lieutenant Colonel Charles Bliss. Ich weiß, nicht wenige von uns waren wütend, als man beschloss uns zurückzulassen. Viele sprachen sogar von einem Todesurteil. Aber ich sah mich in dieser Stadt um und erkannte eine Gelegenheit. Ich sah, wie sie war. Was Nötiges tun, um allen jenen, die zu uns stehen, eine bessere Zukunft zu sichern. Und jene, die gegen uns sind, möge Gott ihren Seelen gnädig sein. Bliss out. Haben Sie das jetzt? Weil bei Gott, ich mache das nicht nochmal. Auch schön bei den Aufnahmen vorher versaut. Ja, so ist es halt. Videoaufnahmen, die muss man öfter mehrmals starten. Sonst haut es nämlich nicht hin. So, wir sind auf jeden Fall durch hier mit der Mission. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz zum Safehouse zurück, denn ich brauche ganz dringend neue Medikits. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Das können wir ja mal hier mit Schnellreise machen. Ist ja nicht so weit weg. Blitzreise bestätigen. Sehr schön. Dann können wir ja hier nebenher noch die einzelnen Missionen machen. Hier, die Kampfmissionen und die andere Missionen hier oben. Ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht Geiselbefreiung. Das kann man jetzt leider nicht ansehen. Nee, aber gleich. Wir sind wieder da, an der richtigen Stille. Ah ja, sehr schön. Warten Sie auf schönes Wetter. Okay, sehr schön. Dann können wir gleich wieder rausgehen hier vorne und direkt die nächste Mission erledigen. Moment, ich brauche mal kurz hier was zum Nachfüllen. Ich beobachte die südliche Verteidigung. Okay. Ja, Geiselrettung auf jeden Fall. Da kriegen wir die Medizinflügelgüter. Ja, super. Und hier haben wir dann noch eine Straßensperre. Die gegnerische Straßensperre auflösen. Die können wir mal zuerst machen. Da kommen wir ja eh dran vorbei. Hier rechts, aber da... Ach, da kommen wir rüber. Da ist ja entlang. Ja, ich wollte nur was einsammeln. Ich hätte die Leute retten können. Die ganze beschissene Lage. Ich kann es nicht fassen. Wie kann man die Besten der Besten anwerben und ihnen dann nicht erlauben, ihre Arbeit zu tun? Total schmacht. Da lag noch eine Tasche. Wenn wir jetzt abziehen, können wir nie wieder zurück. Die ganze Gegend wird eine riesige Grauzone. Vollkommen gesetzlos. Gott, wir lassen die gewinnen. Hör auf. Hör auf, ein Weichheit zu sein. Reiß dich zusammen. Denk nach, Gott verdammt. Ja, ich das mal. Oh, Gegner. Was denken die sich? Was denken die sich? So. Sehr schön. Zwei erwischt. Genau, mal kurz ein bisschen Pippi aus den Augen wischen und dann geht es hier weiter. Oh, Leute, Leute, Leute. Das war ja ungünstig. Oh, da kommen wir noch mehr. Oh, das ist ja alles voll hier vorne. Ich gebe auch kurz eine Entdeckung hier hinten. Mach mal. Alter, scheiße, ich stehe ungünstig. Ach, ich habe gerade die Pistole in der Hand. Aber die macht gut Schaden, auch auf die Entfernung. Nicht schlecht. Ja. Kommt man jetzt nicht meckern? Ey, wieso lebst du nur noch? Ach, der links hat nicht mehr viele Lebenspunkte. Ja. Ach, jetzt. Down ist er. Ich glaube, oben. Hast du den auf dem Dach oben schon? Nee, auf dem Dach habe ich gar keinen gesehen. Oder der ist runtergekommen, da war noch einer auf jeden Fall. Freier Fall. Ah, ich glaube, wir müssen hier rein, oder? Hinten lang? Ja, wir müssen irgendwie aufs Dach hoch. Weil da oben ist ja das Signal. Mhm. Ich denke mal, einfach hier hinten rum und dann sollten wir es auch hier... Kannst du ja mal sagen, ob das da lang geht? Äh, ja, hier oben ist das Ding zum... Okay. Ja, ich komme von der anderen Seite. Aktivieren. Das geht genauso. Jetzt kann man doch wieder vergessen mit der JTF hier. Boah, das ist wieder so ein Punkt, wo du von oben nicht runterballern kannst, weil du nix siehst, ey. Da drüben rennt es auf jeden Fall alle rum. Okay, okay. Aber von hier zu schießen ist echt oberscheiße. Ja, ich habe eine Granat rein. So, komm. Oh, der hat gar keinen Schaden abgekriegt. Scheiße. Und dann wird halt nicht gesucht, da wird ja auch die Entfernung gezielt. Das ist halt auch passend, dass nichts von hinten kommen, ne? Ja. Irgendwas piept hier. Okay, der liegt. Also hier ist noch keiner. Na, ich gehe, glaube ich, mal runter, weil von hier oben, da sehe ich immer nur die Büsche. Ich habe Schüsse gesehen. Ich komme mal mit. Wenn, dann gleich richtig in die Schlacht hier. Ja, ja, ist, ist klar. Oh, oh. Na, komm. Ach, da sind sie. Oh. Hier ist noch einer. Gegen wen kämpfen? Den kämpfen die gegen den JTF, oder was? Na, wenn das jetzt schon die JTF ist. Ich weiß nicht, die kämpfen ja gegen irgendwen. Oh, fuck, von hinten? Ach. Oh. Oh, oh. Da kommen aber viele. Na, da war ja jetzt klimativ so schlau. Wenn du Zeit hast. Weekend am Stein. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wo du liegst. Ich sehe dich auch gar nicht mehr. Ach doch, ich sehe dich. Okay, ähm, links neben dir. Noch würde es gehen. Dankeschön. Oh, gehen wir in Deckung? Aua. Ja, ich habe ja Heilung geworfen. Komm mit hier. Ne, warte, ich gehe hier hin. Das ist okay. Ach, fuck. Die Granate scheiße geworfen. Ach, scheiße. Ich habe mich selbst schon gebraucht. Ja, ich habe mich selbst. Na, komm mal her, hier. Heute ist es nicht so gut mit Zielen. Heute? Ich krieche. Das läuft manchmal auch besser. Mann, davor liegt die Heilung. Jetzt gehen Deckung hier, bitte. Ja. Hier ist nur noch rumgeballert. Okay, der links ist down. Von rechts. Oh mein Gott, hier kommt einer. Ja, er ist down. Und da vorne ist der nächste Pisser. Na, komm. Oh, scheiße. Wer trifft denn hier schon wieder? Ah, links hinten. Okay. Hey. Ach, meine Granaten sind noch nicht so weit. Guck, so ein bisschen links hinten. Ja. Ist aber okay von dort. Hey, was blau ist. Okay, auch down. Links ist, glaube ich, noch einer gewesen. Habe ich nicht gesehen. Also habe ich umgebracht. Scharfschütze. Ne, ne, da rennen noch ein Scharfschützer. Vorsicht. Zumindest blinkt das aber die ganze Zeit kurz auf. Schrei mal, was blau ist. Ja, stimmt. Also seiner. Ja, down. Uiuiui. Oh, war glücklich. Was in der nächste? Ganz vorne Scharfschützer. Ah, ja. Die JTF, die haut auch schon drauf. Aber der ist down. Ist da noch wer? Na, der Scharfschützer ist weg. Aber die müssen wir uns, glaube ich, erledigt, oder? Ne, war noch nicht. Oha, da kommt die Ausscheiße. Genau von der Seite, wo ich jetzt bin. Ach, alter, nein, nein. Verdammt. Was war das denn jetzt? Super ungünstig. Ey, also heute ist Tag des Sterbens. Weißt du, die JTFler könnten einen eigentlich auch mal wieder beleben. Ja. Also ich bin, ähm, ja, rechts neben dir. Falls es noch gehen sollte. Ich komme, ich komme zu dir. Bin bei dir. Ich gehe gleich mal Heilung hier hin. Ey, du bist dran, ja. Mann, bleib doch mal stehen. Aber der wirklich, was macht der denn da? Mann, Hampelmann, ey. Von rechts, von rechts. Irgendwer schießt hier von rechts. Hinten, hinterm. Okay, ist down. Da vorne rennt irgendwas Lilanes rum. Okay. Das dritte blaue Item. Okay, da vorne. Ey, fuck, von rechts schon wieder. Ah, Gott. Okay, einen habe ich erwischt. Zwei. Ja, sehr schön mit der Granate. Ja. Hat gesplittert. Aber da kommen von rechts wieder welche. Das ist geil, die Zivilisten rennen hier rum, ey. Boah, die sind hier völlig entspannt. Völlig gechillt. Aua, wer schießt denn hier? Vorne. Mit Geschütz. Und in Lila. In Lila. Hallo, was ist denn mit dem hier nicht in Ordnung? Okay, der ist down. Das Geschütz da hinten nervt noch ein bisschen. Kaputt. Wow. Ja, auf jeden Fall haben wir das. Das ist nicht so wie die anderen JTFler hier. Nee, die anderen Bobs haben nichts mehr. Die müssen Heilung haben? Äh, ja. Nimmt man mal. Bitte schön. Vielen Dank. So. Ja, ich würde sagen, das soll es dann erstmal gewesen sein, quasi, für die Episode. Ja, doch. War doch schon recht erfolgreich. Wir haben ja noch ein bisschen mehr zu erledigen hier in dem District Mirror Hills. Und wir werden auf jeden Fall demnächst mal mit Paul Rose sprechen. Mal gucken, was wir zu sagen haben. Wir haben ja noch ein bisschen Material gesammelt zum Ausbau der Basis. Und ich denke mal, wenn wir dann noch ein bisschen voranschreiten. Ja. Und die letzten Skills freischalten, etc. Aber das gibt es dann beim nächsten Mal. Und bis zu einem schönen Tag. Wir sehen uns. Ciao. Ciao!